Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Heute zocken wir Rag2Dishes und das ist ein Mittelalter-Kochspiel und zwar ein ziemlich cooles. Also wir müssen zuerst den sogenannten Peasants dienen und irgendwann später den Royals. Wir kriegen immer verschiedene Rezepte. Zum Beispiel müssen wir einmal Fisch kochen oder Würstchen oder ein Brot oder Oatmeal oder so und wir müssen die Kunden auch zufriedenstellen. Zusätzlich gibt es einen Shop und da können wir unsere Küche auch verbessern. Wird immer schwerer und stressiger natürlich. Bei mir gibt es alles mit dem Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren. Voodgust VR, Oppermann Events, Peter Wars, Andy de Felser VR Ambassador, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de So Leute, willkommen im Spiel. Ich habe schon ein bisschen gezockt und weiß ungefähr wie es geht. Also wir können hier verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel hier so ein Fisch. Zack! Können wir den hier aufschließen. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Und den können wir dann hier in so eine Bowl legen und dann können wir den servieren. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Das müsste jetzt normalerweise verschwinden da. Ich zeige euch einmal kurz den Store. Im Store können wir nämlich Sachen upgraden. Da können wir nämlich hier zum Beispiel einen neuen Ofen kaufen, einen neuen Grill, neue Dekorationen, Teig. Und da können wir halt dann bessere Sachen machen. Gibt aber keine Coins. Also wir haben erstmal keine Coins. Und wie ihr seht, es steht auch noch überall Coming Soon. Das wird es also irgendwann später geben. Wir haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. und wir machen das jetzt mal, ja. So, wir brauchen jetzt also einen Fisch. Das habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Das heißt, hier seht ihr so einen grünen Kreis, ja. Und jetzt ist das fertig. Dann tun wir den in so eine Bowl und stellen das dann hier zu dem Kunden hin. So, der will jetzt zum Beispiel Würstchen und sogar noch ein Wasser. Also das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier zwei Sachen machen muss. So, erstmal Wasser und noch Würstchen. So, der will Brot. Brot geht folgendermaßen. Wir nehmen Wasser und tun das hier in diese Bowl. Dann tun wir Teig dazu. Und dann müssen wir das hier mit so den Händen mischen. Und dann hier, na, in den Ofen. Die will einfach nur Wasser. Das ist easy. So, die ist schon angry jetzt. Die ist schon böse. Aber das versteht nicht, weil das dauert halt immer so lange, das Brot zu machen. Fisch. Und wir sind halt jetzt erstmal in diesem Peasant-Level, ne. Also später, irgendwann kocht man dann auch ganz andere Sachen. Aber jetzt erstmal nicht. Das war ja zum Beispiel gut, ne. Also, die will ein Brot. Das wird jetzt dann schon wieder angry. So, und ein Wasser. Die Devil's Sausage. Komm schon. Unglaublich, wie schnell die sauer werden. So, der auch ein Brot. Damn. So. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es. Komm, mach mal hin. Das ist fast unmöglich, das Brot rechtzeitig hinzukriegen. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, das ist gut, wenn wir das... So, der auch ein Brot. Oh, ist stressig, stressig. Würstchen. Tam, taladam, tam, 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 tam. Ihr seid stressig, Leute. Ihr seid alle verrückt. Lasst mich doch in Ruhe. Wissen Sie, da machst du ein frisches Brot und der Kollege will das in 10 Sekunden fertig haben. Was ist denn los mit euch? Komm. Fisch. Dim, didel, dim, 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 dim. Würstchen. Wie viel Zeit haben wir noch? Last Orders sind das schon. So, ich glaube, das war nicht schlecht. Wir haben 156 Points. Das war, glaube ich, gut. Mist. Also, wir haben keins vergeigt. 156. Also, es ist wirklich schwer, dass alle grün zufrieden sind. Also, dass alle 100% zufrieden sind. Das ist fast unmöglich. Und guck mal, wie wenig man kriegt. Das dauert ewig, bis du da, äh, dahin kommst. Jetzt steht hier aber new im Store. Und, äh, jetzt gucken wir mal. Mal gucken. Jetzt können wir anscheinend was kaufen. Jetzt können wir anscheinend was kaufen. So, make sure to visit often. Purchase items. Available items are on display on the shelves. Flip through the book to see information about the particular book. Contains the benefit and cost of the item. You can afford, if you can, ah, okay. Use the quilt to sign, scroll and then place. You can make multiple purchases at once. Ah, okay. Gut. Gut, das heißt, wir müssen einfach gucken, was wir uns leisten können. Und wenn da irgendwas ist, was wir uns leisten können. Zum Beispiel das hier. Turn up the heat. Now your oven will bake your bread at blazing speed. Das nehmen wir. Wudu. Ha. Dankeschön. Juhu. Tschüss. Cool, oder? Glaube ich zumindest. Jetzt gucken wir mal. Rot. Da können wir direkt mal gucken, wie der Ofen jetzt abgeht. Und Wasser. Jawoll. Diesmal sogar mit zwei Sachen haben wir den, trotz Brot, haben wir den glücklich gestellt. Das ist gut. Gut. Also es dauert wirklich lange, bis du dann auch wirklich in die nächste Stufe kommst, ne? Ha. Oh. Na, komm. Und, 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 was willst du? Fisch. Düm, 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 düm. Ein Fisch. Und, 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 was gibt es? Brot. Und Wasser. Ich finde es ein bisschen albern, dass es hier kein Bier gibt. Natürlich gibt es, Bier ist immer am Start. Gerade aus so Humpen hier, ne? Zack, da ist mein Bier am Start. Naja. Wenn sie meinen. Na hier mit so einem Würstchen, da trinke ich ja kein Wasser. Da nehme ich mir ein Bier, ja? Ich weiß ja nicht, was bei denen los ist. So. Also es gibt später natürlich dann noch wesentlich mehr Menüs, die man machen kann. Sieht gut aus, was wir hier machen, oder? Was denkt ihr? Düm, 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 düm. Würstchen. Hm. Komm. Manchmal klappt das nicht. Oh, shit. Ich habe schon einen Ofen. Boah, guck mal, wie schnell der jetzt geht. Das gefällt mir. Wasser. Noch ein Brot. Noch eins. Dann wollen die alle ein Brot. Mist. Das haben wir verkackt. Fisch. Ich glaube, einen haben wir verkackt, ja? Last Orders. Komm, den kriegen wir noch zufriedengestellt. Grün. Düm, 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 düm. Ja, komm. Lass knacken. Zack. Super. Frisch gebackenes Brot. So, so sieht es nämlich aus, ne? Hä? Trrrt. Totals 13. Sieht doch ganz gut aus. Gott, das dauert ja wirklich ewig, bis du da zu nem, äh... Ah, zumindest haben wir jetzt mal ein Oatmeal, ja? Hä? Gott. Hallo! Ach, guck mal, seht ihr, jetzt haben wir zum Beispiel ja auch noch ein neues Rezept. Also, wir machen hier Wasser rein, in die Pfanne. So. And Oats. So. Und dann, use the, äh, use the ladle and steer the ingredients to cook the oatmeal. Ja, super. Hehe. Gar nicht schlecht, oder? Also, Wasser reinfüllen, das Zeug hier. Yo, 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 yo. Yum, 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 yum. Ups. Hä? Wasser entstellt. This hearty oatmeal is sure to boost your shop's popularity. Das glaub ich doch, das hoffe ich doch auch. Wo geht die denn hin? No angry customers Ach, jetzt seht ihr, jetzt gibt es auch sogar Objectives, wo wir Bonusaufgaben, wir kriegen 150 Coins, wenn wir keine ganz bösen Kunden haben, also im Status Rot, ja Das heißt, es wird ganz schön stressig, also ich muss sagen, das ist gar nicht so übel, also das gefällt mir ganz gut Und kann man nicht meckern, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber Rack to Dishes, Leute, ja, muss ich sagen, ist ein schönes Spiel, ja, das macht Spaß, sowohl die Störung ist wirklich, das ist alles gut gemacht, also so ein Fisch aufspießen über das Feuer, das Kneten und so, das macht alles Spaß Auch hier diese, diese Leutchen, die da sind, ne, und, dass du immer neue Rezepte dann irgendwann bekommst, kannst du im Laden einkaufen, kannst du es verbessern, dann hast du Daily Quests und so Grafik sieht auch ganz cool aus, ne, die sehen alle ganz knuffig aus Da kannst du nicht meckern, also das ist wirklich kein schlechtes Spiel Was mir ein bisschen sauer aufstößt, ist der Preis Da müssen wir hier ehrlich sein, das ist ja ein Casual Game, ja, da zockst du ja nicht, das ist ja kein AAA Game, was du, was du hier stundenlang zockst Und dafür sind 20,99, das sind, also ich finde es zu viel, ich hätte jetzt mit 10 bis 12 Euro gerechnet, ja Und da würde ich sagen, wartet am besten auf ein Sale oder so, oder wenn euch das egal ist, dann kauft es halt, es ist kein schlechtes Spiel Ja Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen, wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und schaut doch mal auf meinem Twitter-Kanal vorbei, da findet ihr auch immer die neuesten Neuigkeiten, findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao Bis zum nächsten Mal